Hey Leute, schön dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Part von Mortal Kombat Shaolin Manx. Ja, an dem Tag wo ich halt aufgenommen habe, das war vorgestern, habe es wie gesagt doch nicht durchgezogen wie es wieder, wie es damals vor zwei Tagen gesagt habe, aber man muss auch sagen nämlich wenn man mehrere Parts produziert von einem Spiel dann hat man dann hinterher, oh man, diese ganzen Kabel hier, hinterher weniger Lust dann noch das Spiel komplett durchzuziehen, es sei denn man hat wirklich so viel Bock drauf, ja, so, ich weiß jetzt nicht wie man das da öffnet und das auch nicht, ich glaube das kriegen wir erst, ach Quatsch, bevor wir zu den Boss gehen, werden wir erst mal wieder in den Wald gehen und nämlich die Aufgabe zu beenden, die wir aufgetragen bekommen haben von Smoke. Ich könnte es natürlich auch anders machen, um die Aufträge erst zu Schluss machen, aber ich meine, wenn ich einmal dabei bin und außerdem habe ich immer noch zu wenig Leben, weil ich weiß nicht woran das liegt oder ob ich eine Erhöhung kriege oder so, mal gucken. Also ich hoffe ja nur, dass, äh, dass ich irgendwie, nämlich, äh, von Smoke irgendwie so eine Erhöhung kriege, damit wir nämlich, äh, gegen den nächsten Boss nämlich auch, äh, nicht so upragen werden. Ich habe momentan nämlich auch sturmfreie Bude, was mich relativ, ja, war klar, äh, glücklich stimmt, weil, dann nervt mich auch keiner, bis auf meine Schwester ist da, aber die interessiert sich nicht, äh, ach Lebenderwald heißt der. Ich habe, ich glaube, wo ich, äh, gesagt habe, dass wir da irgendwann hin müssen, habe ich glaube, äh, Verbotenerwald gesagt, oder Verbotenerwald war ja in Harry Potter. Ähm, ja, komischerweise, äh, jetzt, wo ich jetzt wieder, äh, das Internet funktioniert, äh, muss ich auch sagen, nämlich, äh, wo ich hier, ähm, Zeitgestern, äh, die nächsten Parts von Yu-Gi-Oh! hochgeladen habe, es war leider nur einer, und, äh, ich lade jetzt, äh, den nächsten Part von Mortal Kombat Charlin Banks hoch. Und, ähm, ja, komischerweise dauert das jetzt, das Hochladen, äh, irgendwie länger, also, ich weiß nicht, woran es liegt, wie gesagt, äh, deswegen kann es nämlich sein, dass pro Tag jetzt nur noch ein Video kommt, ja, ich werde es sehen, wie nachdem, und, äh, ich versuche natürlich alles, wie es immer macht, steht, äh, nämlich am Tag, nämlich mindestens zwei Videos zu bringen, damit ich die gesamten Parts ja auch irgendwann mal weg, also, wieder von meinen, meine Festplatte runter ist, weil, äh, Yu-Gi-Oh! so, wie gesagt, bin ich fertig mit Aufnehmen, schon seit letzter Woche, und, äh, ich will versuchen jedenfalls heute, ähm, dieses Spiel hier durchzukriegen, muss ich halt gucken. Gut, Aufgabe gemeistert, Belohnung 500 BP, okay, okay, ist ja nicht wirklich das weltbewegendste, äh, ich hätte lieber eine Erhöhung meines Lebens, nur wer aufgibt. Ushiyakami zerstört die dunklen Barrieren, um den Kriegerschrein zu finden. Der Kriegerschrein, ah, das ist das, was ich zum Schluss machen will. Okay, Leute, hiermit, äh, möchte ich nämlich, äh, sagen, dass wir doch diese Mission erst zum Schluss machen werden, weil der Kriegerschrein, da wartet auch ein Boss auf uns, und, äh, oder machen wir das jetzt? Weil ich kann mir, ich kann mich noch entsinnen, dass wir dann nochmal eh zu Knochengrube müssen, also wir müssen, glaube ich, den, äh, den Schrein nur finden, wir müssen ihn aber nicht betreten. Ähm, na egal, wir gehen jetzt da hin und, äh, machen die Mission, also es könnte jetzt eine reine, äh, Smoke-Mission sein, dass wir die Aufgaben erledigen. Wir werden zwar, ich, äh, glaube nicht überall hinkommen, weil zukünftige Gebiete müssen wir, glaube ich, auch nochmal für ein paar, äh, Aufträge, aber wie gesagt, bin mir auch da nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und ich hab mir auch mal einige Gedanken nochmal gemacht, wegen zukünftige Let's Plays, Sprichwort, äh, Tekken, ob ich da wirklich, äh, commentary dazu aufnehmen soll. Also ich, weiß ich halt noch nicht, also, ich hab mir, ich saß heute wirklich auf dem Scheißhaus, ja, jetzt werden einige hier bestimmt lachen, ich saß ohne, ohne Flachs auf dem Scheißhaus und da kam mir die Idee, nämlich, äh, Tekken, nimmst du da eigentlich, äh, äh, mit Kommentar auf oder nicht. Ja, weiß ich eben halt noch nicht, weil bei Tekken 4, da sind es wiederum nicht so viele Charaktere. Ich hab mir da auch vorgenommen, nämlich, äh, ach, alter, äh, jeden, äh, Charakter durchzuspielen, aus diesem Grund, weil, äh, ja, durch die, äh, ich sag mal, mehr oder weniger, durch die Cutscene und so, da kann ich nämlich, äh, versuchen, ja, okay, der ist weg, da kann ich nämlich, äh, versuchen, nämlich, äh, pro Part, nämlich immer einen Charakter, nämlich, äh, durchzuspielen. Das würde dann wieder auch heißen, nämlich, dass wir bei Tekken 4 jedenfalls, äh, sehr schnell durch sind. Dann gibt's dort noch einen Modus, den ich noch zeigen will. Und, ja, dann wäre das Let's Play von Tekken 4. Alter, wer macht denn da draußen schon wieder so scheiß Geräusche, ey? Irgendjemand am Bohren oder so. Ja, ähm, und, ähm, ja, da sind wir da mit diesen, ach, mit Tekken 4 auch schon sehr, also sehr schnell durch. Es steht aber halt noch in den Sternen, was ich, ob ich das gleich im Anschluss von Mortal Kombat oder so machen werde, weil ich hab mir auch, äh, Metal of Warna, Europa, Europa, Europa Assault nämlich ausgesucht, weil es auch relativ fix geht. Und, ähm, wie gesagt, dann noch, ähm, Budokai de Kaisi 3. Und, äh, zwischen den beiden wird's dann, äh, werde ich mich dann entscheiden müssen, weil ich die relativ, ähm, zuerst durchspielen will oder werde. Aber bevor ich, wie gesagt, jetzt hier nach Mortal Kombat, werde ich natürlich mich erstmal in Kässen dranhängen, damit das Let's Play dann auch sehr schnell vorbei ist. Es geht aber noch eine Weile, seid beruhigt, also das ist kein Spiel, äh, wo man relativ, äh, zackig nämlich durchkommt, weil es seht ihr ja, und die optionalen Schlachten, die, äh, die ich ja nicht, dann auch nicht mehr zeigen werde, weil, wie gesagt, da passiert nichts Großartiges. Ich hab zwar lange genug gezeigt von den optionalen Schlachten, weil es, weil sich auch kaum irgendjemand, äh, oder so gut wie keiner, ähm, ich sag ich's mal, gemeldet hat, ob, ob es ihr zeigen soll oder nicht. Und da hab ich mir gedacht, ah, versuchst es jetzt, äh, das komplette Let's Play, die optionalen Schlachten nämlich zu zeigen. Und, äh, ja. Und jetzt hab ich mich dazu entschieden, es doch nicht mehr zu zeigen, aber trotzdem zu machen, weil wir brauchen die Level. Ah, jetzt erinnere ich mich, wir müssen da nur auf die Brücke und dann gilt die, äh, Aufgabe als gemeistert. Äh, wir dürfen den Schrein noch nicht betreten, weil, wie gesagt, ich hab keinen Bock auf den Bosskampf. Und außerdem kommen wir sowieso noch nicht rein. Weil wir müssen nämlich hoch, hier, äh, rechts oben. Wir brauchen da auch, äh, vom Bosskampf nämlich, ähm, eine Fähigkeit, und zwar, dass wir nämlich an die solchen Bambus oder Dinger nämlich, äh, schwingen können. Und dann können wir uns da nämlich rüberschwingen, den Buddha nämlich irgendwie interagieren. Und somit hätten wir dann auch den Kriegerschrein geöffnet und könnten dann dort den Boss legen. Aber, wie gesagt, der Boss ist nicht ohne. Den werden wir wahrscheinlich, glaube auch, in Armageddon nochmal sehen. Aber, mal schauen. Alter. Äh, ich, ich hab keinen Bock auf euch, man. Blöde Viecher, die grinsen und Schwerter aus ihren Händen ragen. Natürlich, äh, hab ich mir auch gedacht, nämlich jetzt auch noch in dieser Kategorie, nämlich, ähm, was schnell durchzuspielen eigentlich ist. Äh, Shinobido, Weg des Ninjas. Gibt's leider auch kein deutsches LP, äh, was, also, es gibt schon einige oder zwei deutsche Videos, aber derjenige hat's halt nicht durchgezogen. Und, ähm, ja, ich würde das auch vorne anstellen irgendwie. Aber das, das Problem bei diesem Spiel ist, es ist nicht abwechslungsreich. Also, man ist relativ, äh, immer nur an das eine machen. Man hat zwar verschiedene Aufträge. Hol mal dies, vernichtet das, äh, beschütze das, äh, sammelt das und all sowas. Und, ähm, ja, ihr könnt ja, wie gesagt, mal schreiben. Was ihr davon haltet. Ihr könnt mir jederzeit immer alles, äh, mögliche an Fragen stellen. Sofern sie sachlich sind. Und, ja. Also, ich freu mich über jeden Kommentar, äh, außer über hier, ich krieg andauernd nämlich solche bescheuerten, äh, unnötigen Kommentare, dass ich irgendwelche Leute auf Instagram folgen soll oder so. Das ist, ne. Ich lösche zwar diese, äh, Kommentare, damit sie niemand lesen muss. Ich finde das einfach nur sinnlos, ey. Äh, ne. Also, ich sag da auch nicht irgendwie, Leute, folgt mir auf Facebook, obwohl ich da keine Bilder drin habe. Alter. Nein, 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 nein. Ach. Egal, was die uns angreifen, die, weil die, äh, treffen uns ja sowieso. Gerade mit dem Blitz. Das ist so ein fucking Scheiße. So eine fucking Scheiße. Deswegen hasse ich Kung Lao, da er nämlich, äh, immer... Man muss aufladen, nämlich, um den Gegner da raus zu... Ach, jetzt reicht's hier. Ich kämpfe jetzt so gegen den. Wenn ich den mal treffe, den Bastard, ey. Der Hund immer im Hintergrund, ey. Man kann ihn wahrscheinlich jedes Mal hören, aber... Wie gesagt, ich kann's halt nicht ausstellen. Weil der Hund hat ja schließlich keinen An- und Ausschalter. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass man ihn in der Aufnahme hört. Das liegt immer halt an die Leute, die hier mit im Haus wohnen. Und die sind, äh, es sind Asylbewerber und die schmeißen die Türen, trampeln und sind laut im Treppenhaus. Und da ist fast immer der Hund nämlich permanent am, äh, bellen. Nur mal zur Information. Ich hab nichts gegen Ausländer oder sowas, wenn jetzt irgendjemand was sagt. Aber, naja, ich will jetzt nicht weiter auf diesem Thema rumreiten, weil das gehört hier nicht her. Weil, ja. Weil man dann ja gleich wieder als Nazi abgestempelt wird. Und das ist, finde ich, nicht richtig. Weil heute ist es ja wirklich so in Deutschland. Nämlich sagt man, hat man einmal gegen irgendetwas, dann wird man sofort als Nazi abgestempelt. Von den eigenen Leuten, wie auch von anderen. Äh, ist einfach nur scheiße, dass man heute keine eigene Meinung mehr haben darf. Naja, da können wir uns ja bei unsere, äh, naja, bei bestimmten Leuten bedanken. Aber das ist ja auch vollkommen Rille. Ich kümmere mich hier um meinen YouTube-Kanal und nicht über die Dinge, die draußen geschehen. So, kriegen wir bestimmt wieder nur Erfahrungspunkte. 700 EP. Ja, komm. Man kann das aber auch leider nicht überspringen. Aufgabe der Seelengräber bringt in der Folterkammer drei Opfer da. Äh, achso, das muss ein Bereich sein, der sich jetzt öffnen wird, sobald wir dort ankommen. Äh, also ich werde es jetzt wirklich so machen, dass ich jetzt alle möglichen, äh, Smoke-Missionen jetzt in diesen Part packen werde. Zumindest versuchen werde, weil maximal ein Part 25 Minuten haben sollte bei mir. Gerade durch diesen schlechten Upload, den ich ja durch dieses Internet habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, weil, wenn ich es gesagt habe, war ich es, wie gesagt, schon mal, schon wieder vergessen, dass ich es gesagt habe. Also, ähm, mein Internet ist nämlich, äh, beziehungsweise unsere Box ist halt so, nämlich, äh, wir kriegen manchmal, manche Tage wirklich mehr, äh, Internet. Also, wir bezahlen, wir haben eigentlich 16.000, aber manchmal ist es auch so, dass wir eigentlich auch, äh, mehr reinbekommen am Internet. Und deswegen tut manchmal unsere Box nämlich spinn zu Hause, dass die dann, dass man dann überhaupt kein Internet mehr hat. Also, ja. Ja. Aber, es hat manchmal auch sein Gutes, weil, ach, fuck, dass ich mir da auch einfach immer dann, hab da nichts zu tun. Entweder zocke ich privat oder, denke ich mir, ach, hast zwar noch viele Videos auf der Festplatte, aber, naja. Dann nehmen wir doch mal auf. Soll ich, Dämonen hier, äh, Phantome. Ich wollte gerade in die Wuxi Akademie, aber da müssen wir ja nicht hin, sondern wir müssen zu den Seelengräbern. Oh, ihr geht mir auf die Eier hier. Ha, 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 ha. Das ist doch scheiße hier. Naja, wenn man, wenn man es öfters spielt, ist man ja geübt. Aber ich finde hier, diese Phantome sind einfach nur, äh, die nerven. Die nerven einfach nur. Es ist einfach nur scheiße. Man kann diese Wichser einfach nicht, äh... Och. Gleich sagt er mir Gefahr. Man hat auch nicht die Möglichkeiten, Fatality oder so zu machen. Und das ist halt das Schlimme bei diesen Viechern, dass die einfach gegen Fatalities immun sind. Und so, und halt die schnellste, äh, die schnellste Methodik ist eben halt, die da runter zu kicken. So. Ab in den Seelengräber. Man muss aber auch sagen, damals für diese Verhältnisse, die Kulissen sahen damals schon richtig geil aus, muss man sagen. Obwohl ich nämlich, äh, aus den 90ern die Model Compete-Teile gesehen habe, 1 und 2. Wo ich nämlich den zweiten eher schlechter als den ersten finde. Aber das ist halt auch nur, sag ich jetzt mal, mein, äh, meine Meinung im halt. Ich mag den ersten viel mehr als den zweiten, weil da in den zweiten Filmen war es ja so, Also, ich werde jetzt spoilern für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Weil da ist es ja so, nämlich, dass, ähm, Shao Kahn auf einmal nämlich der Bruder von, äh, Raiden ist. Und noch was Kurioses ist, ich, äh, wenn ich manchmal solche, ähm, äh, Videos gucke über, ähm, Metal Gear Solid. Und da sagen sehr viele immer, statt Raiden, Raiden. Obwohl der Raiden heißt. Also, ja klar, äh, Wie soll ich denn jetzt sagen? Ach, keine Ahnung. Alter. Ich weiß nicht, muss ich die, die musst du, glaube ich, jetzt hier reinwerfen, ne? Oder? Muss ich die hier reinwerfen? Ne, oder? Ah, ja, okay. Da muss ich sie reinwerfen. Also, ich war jetzt wirklich darauf an, nämlich, hier, die hier reinzuwerfen. Ich weiß nicht, ob ich die, äh, in der, ähm, alle separat nämlich werfen soll. Oh, ey. All, ey, jetzt reicht's mal. Alleine sind die ja machbar. Aber, äh, wenn die da immer zu zweit kommen, der eine, äh, basht von vorne, der andere von hinten. Das kann man nicht angehen, hier. Die blöde Sau. Komm, steh auf hier. Sonst bist du ja auch immer hier. Okay, wir haben's gemeistert. Patsch. Hm, geschnatzeltes. Aber diese Viecher würde ich nicht essen. Nicht ums Verrecken. Ich denke, wir gehen jetzt nur noch zu Smoke. Geben die Aufgabe ab. Und dann, äh, nehmen wir die nächsten Auftrag schon mal entgegen. Aber dann werde ich den Part erstmal beenden. Okay, also, dann fehlen nicht mehr viel. Und dann können wir in den nächsten Part eigentlich auch, boah, den nächsten Bosskampf mit reinpacken. Komischerweise, dass hier Dinosaurier rumfliegen. Schon ein bisschen kurios. Ach, Leute, ich freu mich schon auf Mittwoch. Da geh ich nach Erfurt und da geh ich ein bisschen shoppen. Mal sehen, was ich da so, äh, für Spiele kriege im GameStop. Guckt auf jeden Fall auch mal bei Alex, auf dem Kanal, weil der macht jetzt auch wieder relativ regelmäßig Videos. Der hat nämlich, ähm, Conquer, irgendeinen Conquer-Teil. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Conquers Bad Furley, äh, angefangen zu Let's Playen. Und der spielt zwar über Emulator, aber dafür, muss ich sagen, äh, 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 relativ gut. Läuft nämlich flüssig und so. Da war ich auch relativ überrascht, weil damals, äh, wo er angefangen hat, hat er ihn halt abgefilmt. Äh, ja. Und jetzt, äh, hat er ihm halt mit seinen Rechner halt die bessere Möglichkeit, nämlich Videos aufzunehmen, Emulatoren und so. Er kennt sich ja da ein bisschen aus. Und, ja. Ich wiederum nicht, deswegen, äh, ich finde Emulatoren auch einfach scheiße, wegen Einstellung und Scheiß und so. Ich hab da einfach keine Geduld und ich möchte das auch nicht hier irgendwie, äh, gerade weil da, in dem Emulatoren, da gibt's so viele und da spielt auch nicht jeder Emulator, nämlich, äh, ach, danke, äh, jeder, äh, Emulator das gleiche Spiel ab, sondern, man muss ja sehr viele verschiedene Emulatoren, nämlich, auf dem PC haben, weil der spielt zum Beispiel das nicht und dann der spielt dafür aber das nicht und so weiter. Also, ich werd, äh, den Link vielleicht mal in die Beschreibung packen, wenn nicht, dann guckt unter X-Men Legends, da ist er auf jeden Fall verlinkt. Oder geht einfach auf meinen Kanal und da steht ja auch irgendwo sein Kanal und da könnt ihr halt mal auf seinen Kanal gehen. Könnt ihn ja gerne mal unterstützen und so, weil der wird sich mega drüber freuen und, ja, Smoke, ich komme. Dritte Aufgabe gemeistert. Smoke raucht permanent. Okay, die nächste Aufgabe schon mal entgegennehmen. Ich find's nun halt nur schade, dass man ihn hier als, äh, nicht als spielbaren Charakter, nämlich freispielen kann. Aufgabe 4, das Portal, finde alle violetten Portale und wirf jeweils einen Gegner hinein. Okay, das dürfte sich als schwierig erweisen, weil, äh, wir müssen da wirklich präzise sein. Aber das ist nur bei den Portalen, also in Ödland müsste das sein, glaube ich. Oder gibt's irgendwo anders noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls bedanke ich mich schon mal bei Zusehen und, äh, lasst einen Kommentar da. Ein Däumchen wäre auch schön. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das doch bitte. Und, ja, dann haut rein und ciao.